Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem hochsommerlichen Wochenstart erzielen wir auch morgen wieder Spitzenwerte nahe der 30-Grad-Marke. Allerdings müssen wir dann insbesondere in den Vormittagsstunden mit gewidtrigten Schauern rechnen. Am Mittwoch klettert das Quecksilber dann bis auf angenehme 26 Grad. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen. Nur harmlose Wolken ziehen gelegentlich ins Sendegebiet. Am Donnerstag knacken wir schon wieder die 30-Grad-Marke. Dann dürfen wir uns auf einen überwiegend blauen Himmel freuen. Aus heutiger Sicht wird auch der Freitag hochsommerlich werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei 30 Grad und den ganzen Tag über wird Sonnenschein unser Begleiter sein.